Hallo Welt, da sind wir wieder auf dem Weg zu den sonderbaren Schwestern. Hexen sind es, glaube ich. Aber manchmal sagt man das ja auch nur zu sonderbaren Schwestern. Er weint ja immer noch da. Hey, hast du noch nicht vergessen? Well, see you later. Well, see you later. How have you been? Lovely day for it. Ow! My foot! Alles in Ordnung? Die mögen es nicht, wenn wir die Bobbys schubsen. I've got my eye on you. Das ist, äh, wir sind im Kreis gelaufen jetzt, glaube ich. Oh, nicht gut. Ah, sehr gut. Oder? Das ist hier gar nicht. Hexen, wo seid ihr denn? Oh, so weit? Ähm, naja, es geht. Wir müssen nur genau zur anderen Seite hier. Ach, da rennen wir jetzt aber über die Wiese. Ja. Ist das die richtige Seite? Jawohl. Da ist keiner, der rennt. Seht ihr? Uh. Rennen auf Sonnenschein. Ich kann's remember what it's like to feel safe. Dass keiner auf die Idee kommt, hier mal irgendwie ein Picknick zu machen oder so. Das war's. Ich kann's noch nicht. Ich kann's. Ich kann's. Ich kann's. Oh, master bedroom, quite frankly, this is your... Oh, hi. Thank you for writing, Envy, and, uh, do keep me posted about your progress. Well, this was the end of one minute. I'm sorry, get I ready for the interview. Oh, we have to move on. Yeah, who will tell us, where we will get her? Please. Thank you. Irgendwie sind wir schneller als sonst, habe ich den Eindruck. Und können länger rennen. Haben wir den Skill denn schon genommen? Ja, ich glaube, den haben wir. Das merkt man aber. Das merkt man gut. Oh nein. Sollten wir hier nicht ein Auto abstellen für Arthur? Wenn die Tür von Verhältnissen enthiert wurden... ... ... ... ... ... ... ... ... Die habe ich ja noch nie gesehen. Ratchel Spooner. Tagsüber sieht man gar keine Bobbys hier, auch gut. Tagsüber sieht man gar nicht so gut, aber es ist nicht so gut, es ist nicht so gut, es ist nicht so gut, es ist nicht so gut. Ha, das könnte der Berg sein, dieser Gewittrige, an dem wir waren. Na, dann sehen wir gleich, wie das bei Tageslicht aussieht. Ach, wir haben jetzt auch Babypower an Bord. Darum sind wir wahrscheinlich schneller und können länger laufen. Okay. Ja, einen Berg sehe ich schon mal. Gewitterwolken ziehen auf, okay. Ja, dann sehen wir uns, wenn sie bereit sind. Tis time, tis time, sie kommt. Hallo? Nimue? Vivienne Morgals? Wie machen sie das? All hail Sally Boyle, Mistress of Alchemy. All hail Mistress Boyle, who knows the secret of maternity. All hail Mistress Boyle, who seeks the other shore. Ich glaube, du kennst mein secret. Diese Potion will help deine Mutter sleep. Sie werden nicht so schnell verlaufen. Ich weiß nicht, dass ich in Magik believe. Was ist noch mehr zu glauben? Die Potion ist nicht Magik. Es ist Herbalismus. Ihr Mum knew Herbs pretty well, nicht sie? Ja. Especially, was man kann mit Foxglove machen. In fact... Ich kam hier für die Ingredienste, ich brauche für... ...well, drugs. Have you tested Magik and proved it wanting? Or have you simply assumed that what you don't understand can't be true? I suppose I... ...haven't tested it. Then do this, if you like. We place our sacrifices in a chest in the wilds. I'll put the place on your map. Put some bricks in the chest, and say this prayer. Bricks? See what comes of it, and then return. But... about my ingredients? We'll help you with what you want. But first, learn what you need. You don't even know what that is. Before the learner attains wisdom, the teacher has the right to give several tasks. Several. That's how it works, yes? Alright. When will I see you three again? When you know what is unknown. Anon! Anon! Where do they bury them? I'll ask you that. You never see them bury them. Like a big secret. Yeah, also... ...geht's just um the Hoffnungstrue. Die Truue der Hexen finden. Stop the movie! Oh, God, please stop it! Stop it! Oh, God, please stop it! Warum sitzt der da? Warum sitzt der da? Ist das nicht total gefährlich hier? I know. Believe me. I know. Stay out of the fog. It bites. Was ist denn das? Ein Schmetterling? Hier liegen Pilze und ich darf sie nicht aufheben. Warum? Ha. Was ist das passiert? Moment, was haben wir denn hier Schönes? Ach, hier war doch... Als Arthur hier war, da war doch hier einer, der... Nee, oder? Der Motilän getrunken hat. Voodoo. Oh. Ist das Peaches? Wir brauchen die Käste. Schauen wir, wo finden wir die Käste. Eine gut versteckte Käste. Oh. Of course the lads are here. Mustn't let the birds go thinking they can do things by themselves. You shall not suffer a wish to live. We're not scared of you. We'll have new witches here, thank you. We'll have new witches here, thank you. We'll have new witches here, thank you. Wow. Die haben gar keinen Schaden genommen. Ja, wir haben den Spitzenstock. Wir bräuchten irgendwas zum Werfen. Oder irgendwas für uns? Wir haben die ganzen Werftdinger weggeschmissen. Also weggeschmissen hier in unsere... in unser Inventar gepackt. Also nicht hier, sondern in das Tragbare, sondern in die Kiste, die wir da zu Hause haben. Na, dann probieren wir eben Chrono-Balsam mal aus. Ja, dann probieren wir uns. My word, I'm the best save! Das ist aber schwierig. Ich bin doch kein Wolf. Oh, Mann. Wir sind der Ende der Zeit! Wir sind der Ende der Zeit! Es ist Zeit! Sure! Ihr V-Mate! Good night! Die hätten wir aber nicht... Die hätten wir aber anders gar nicht geschafft, jetzt. Was hast du für uns? Ich habe nur drei. Drei gezählt. Ja, okay. Dann werden wir in der nächsten Folge also gucken, was wird wohl in dieser Opfer-Truhe liegen. Ziegel. Aber nicht mehr in dieser, denn diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und... Und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.